Warte, ist das der Weg? Oh, Kuro! Kuro-sama! Lotus, das Verlass! Aber wenn wir die Blume, die er haben wollte, haben wir. Also ein guter Shinobi. Das ist auch nicht mehr das, aber es gibt es nicht mehr. Du bist kein Wort. Du bist ein Tool zu machen. Du bist dieses Element, sich zu erzeugt. Ich werde das Lovely zu fahren. Ich habe das herausgebracht. Ich habe das Gefühl, dass es um die Idee, das etwas Schild benannt. Ja, ich habe das um das Ein Zuhause. Ich habe das eine Frau, für die fingerprints. Du bist ein Problem, der Schluchzen gefolgt. Ich habe das Wort, in der Geburt verweiligen Äther. Boah, es gibt auch noch eine Stadt unter der Stadt, genau wie den Eldrigenbrüder. Nicht so wichtig. Dorf Mibu, das habt ihr noch nie gesehen, diese Anzeige. What the fuck, das sind die Dorfbewohner, oder was? Ehre, ich freue mich sehr, dass es dir so gut gefällt. Ich werde ausgesaugt, abgestochen. Ah, ah. Bucht auf den Weg zur Arbeit, meine YouTube-Videos. Macht man denn sowas? Also ich hoffe, ich fass nicht selbst im Auto dabei. Die Dorfbewohner sind einfach wild. Alles in Wondet, aber es sind ganz verschiedene Gegner-Einheiten. Da hast du wieder so einen Glocken. Aua. Alles, ich wurde abgeworfen. Egal, wo ich hinlaufe, da kommt einer aus dem Boden. Hey, legit. Ich muss auf dem Boden bleiben, wo ich schon war. Die greifen immer wieder neu zu. Das anstrengt. Look at this. Letzter Haus des Dorfes. Der Priester muss doch irgendwo sein. Das scheint der Friedhof zu sein. Der hat einen Korb auf dem Kopf und spielt. Und weint währenddessen. Sympathisch. Was ist denn den Helm mit dem Kopf, oder was ist das? Der Kapuze, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sie ist böse, sie kann fliegen. Urin des Wassers. Wollen wir uns den deutschen Namen? Oder haben die immer deutsche Namen? Baby. Ich weiß es, geht auf Deutsch? Ja, hab ich. Hab ich, ja. Ich höre ein sehr eleganter Tänzerin, wie sie ist. Fällt mir. Beautiful. Also ich habe, es braucht Gertys Konfetti, damit ich hier Damage machen kann. So. Also. Das ist doch ein paar Wände. So. 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 es ist noch nicht direkt manchmal so eine andere dimension kann das sein ja ich glaube ich kann mich machen zum beispiel ich kann umarmen wollen ich will nicht sehen wie das aussieht jetzt einfach nachdem ich nicht trinken kann i like it mal nenn ja ich 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 von mir das okay schönes ding können wir gleich mal wiederbegeben wenn wir nochmal low sein sollten er ist tot und sie bezüglich oder was ich will die fülle rutschling richtig recht abgestochen gleich noch zwei pots und ein hp ich habe noch eine wiederbelebung jungen lady setzt einfach nach und nach und nach richtiger hitz der erste in der zweiten phase ist überhaupt so mächtig mit ihrem kurzen messer wiederbelebung ist auch alles ok jetzt schon sehr low mittlerweile leider scheiße noch eine wiederlebung ist okay vielleicht brauchen wir brauchen dass er ist der erste ja dass das für eine langsame umarmung die ausrunde schütze ich erfahren wenn ich es erfahre muss ich einfach pottern direkt das ist ein 30 nice first try leute let's packen go man tschüss rin des wassers Allantette Fähigkeit, die nach einem Todesschlag wiederherstellt. Todesschläge geben einem schon wieder. Also ich habe jetzt noch mehr Leben. Oh, das sieht nach einem Bossraum aus. Ein guter Bossraumfight hier. Von der Tür dort? Natürlich. Verdorbene Nonne. Hat sie grauen? Aber nicht. Kann ich nicht sehen, denn du bist zu nah an mir dran, du verdorbene Nonne. Du lachst dir so, dreckig. Oh, das hätte man mir rekirieren können. Ich wollte erst mal kurz kennenlernen hier. Aua. Okay, die Nonne ist verdorben. Das war eine ganz schön mächtige Nonne. Ein bisschen weniger Stullen essen. Du groß, hühlenhafte Nonne habe ich noch nie gesehen. Wie oft sind sie noch drin? Kann ich sehen, du bist auf mir drauf, Mädel. Reicht jetzt auch. Jumpen müssen. Nachsetzen. Mirikiri doch, du Arschloch. Toiki, ich bin so bad. Das hätte ich jumpen müssen. Der eine hat einen Rundumschlag und der eine Mirikiri. Wie Gottes. Ah, Mirikiri doch. Wie Gottes. Mirikiri. Okay, ich mach ganz kurz wieder eine. Leute, Hände nach hinten. Aktiviert die Schattendoppelgänger. Und rennt los. Mirikiri. Drambleiben jetzt. Nicht nachlassen. Sie hat gleich keine Stands mehr, Leute. Sie hat gleich keine Stands mehr. Sie bricht gleich. Wir bricht leider zuerst. Aber wir haben zwei Leben. Ach, scheiße, es ist, dass die Regeniert sich sofort bei ihr. Oh, fuck. Nur dieses Rundumschlag ist so p. Nein, es ist mirikiri, Tolkien. So free. Can still win. Can still win. Can still win. We can still win. We can still win. Scheiße. Jetzt der win. Doch, die Double Jump. Mirikiri doch nicht, Tolkien. Das war der Hochspringer. My bad. Aber es geht sich jetzt gerade nicht so froh, weil sie doch im Outerweg drin. Oh, Mirikiri. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Chat, 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 chat. Schaut alles an. Wir haben es gleich. Scheiße. Das ging noch sofort. Und zweites Leben. Und sie ist tot. Shinobi Execution. Erinnerung an die verdorbene Nonne. Einer in einem Kampf gegen einen starken Gegner. Eine geheime Art Technik. Diese Lantillfähigkeit ermöglicht das Tauchen unbegrenzter Atem unter Wasser. Und ihre Macht wird zu meiner. Sie war sehr mächtig. Und jetzt werde ich mir ihre Macht einverleiben. Denn jetzt bin ich mächtig. Mit dem Relikt der verdorbenen Nonne. Diese Figur des Bildhauers ist erst wieder verhübbar, wenn du sie erneut besucht hast. Why? Muss ich jetzt... Kann ich eigentlich schnell hinrennen. Aber why? Muss ich in eine Cutscene kommen, wenn ich hinrenne? Vielleicht ist ein neuer Bosskampf da? Vitor ist fest verschlossen. Dann gehen wir ins Verlies rein. Laufen wir zurück einfach. From Software und EA-Kotovationen. Das ist DLC. Komm, wenn ich rein, wenn ich es nicht kaufe, verstehe. Weil er hat Angst vor dem Typen da. Der ist neu. Er hat einen roten Hut. Warum? Oh, er ist nicht befreundet mit ihm. Der ist mir ja doch Angst gehabt, der andere Dude. Wer bist du? Also, wir sind ein sehr ungenudiger Gegner. Er will die ganze Zeit fighten. Okay, hier sind scheinbar neue Leute in Welten gekommen. Und die haben jetzt die Vorherrschaft übernommen. Kann ich jetzt, weil ich tauchen kann, hier runtertauchen, ne? Durchtauchen. Ich habe gerade erst tauchen gelernt nach der Nonne. Kurosama, ich komme. Wer hält dich auf dem Berg da oben, auf dem Burggelände fest, in deinem wichtigen, wichtigen Zimmer. Öffne dich, Tür. Da haben die normalen Wächter keine Chance gegeben, die roten Dues. Wie gut, das Bildtower wurde freigeschaltet. Dort oben waren normalerweise Gegner. Also, früher.